ist doch kein kopf saus wie ein kopf was hier rumfliegt doch jedes hindernis kann überwunden werden wenn man es richtig betrachtet ja allerdings habe ich eigentlich ein reib hier ja der hirsch ist wieder da wie mir es alter ja nice ja silber nimmt auf jeden fall mit aus der welt kann ja alles transformieren in die normale da ist doch schon mal ein schlüssel so es scheint die quest zu sein in diesem bottig das ist bestimmt voller med so ist aber nicht einatmen da drin ok da ist besorgen halten wir irgendwohin segeln über die älsee in das land von von ich erinnere mich nicht dieser heim ist vom flüstern der jötter magie erfüllt nicht alles ist wie es scheint du hast einfach nur zu viel gesoffener gerade in dem tank haben die fässer denn dazu bedeuten oh das ist aber noch ein stück komm mal her du du hirsch oder elch wir werden erstmal wissen was der phase ist das haus wird von jötter magie versteckt bei meinem letzten besuch war angaboders haus genau hier vielleicht ist es das noch so hat er mich erschrocken strecke deine flügel so das gebiet zeigt dann nicht so wirklich an aber es muss irgendwo hier sein das stimmt da dieser baum oder da kann der nicht durch du bist das ja ok da drin versteckt sich nichts ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wo ich suchen soll Nein, nicht abhauen Boah, ist ab Ja, dreht sich genau jetzt um Blöd Kopf So, wo war denn das Schlüsselsymbol hier? Oder habe ich den jetzt schon aufgenommen? Lol Da ist ein Schlüssel Hallo? Schlüssel Hochzeit irgendwas Angebote und sprich mit ihr Wollen wir genau darauf achten Es sind jetzt hier noch 10 Meter Äh, 100 Eigentlich doof, ne? Ich hätte doch da Ich mache da mal einen Punkt dran Oder irgendwie daneben, wenn es möglich ist Da ist wieder ein Schlüssel Kriege ich da keinen Geweihmann? So, dann nochmal Ja, ich komme nicht leider So, dann irgendwo dazwischen Trick 17 Dicht Hüttner Magie Hüttner Magie Also wir haben da Ja, irgendwelche Runen auf dem Wo? Wo hat der das denn jetzt gesehen? Ah Nee, das ist doch kein Haus Da oben Aber das war noch Warte mal, ich muss da drüber kettern Warte mal, ich will hier genau gucken Ah ja Bitte, tritt ein Halte dich nicht mit Klopfen oder Höflichkeiten auf Anger, Boda Ich bin weit gereist, um dich zu sprechen Und es ist mutig, von dir meine Schwelle allein zu betreten Wo ist mein Geliebter, der dunkle Fuchs, der mein Lager teilte? Loki blieb in Asgard, um beim Wiederaufbau nach einem Angriff zu helfen Wie großzügig Und ungewöhnlich für ihn Früher könntest du besser lügen Ich bin nicht Lokis Amme Ich kam hierher, um die Jötner Magie zu verstehen Wie man seinen Huger von einem Körper in einen anderen überträgt Der Med Du suchst den Med? Hö, Rokin Du strapazierst meine Gastfreundschaft Dann verabschiede ich mich Doch denk an meine Worte, Herr Anger, Boda Bald wirst du die Dinge so sehen wie ich Wer hat dich besucht? Sie ist mächtig und grausam Und geht dich nichts an Der Med, von dem sie sprach Wo finde ich ihn? Sie hat sich versprochen Vergiss, was du hörtest Keine Spielchen, Zauberfrau Du verkaufst jede Wahrheit, wenn der Preis stimmt Wenn er denn gezahlt werden kann Es gibt eine Wurzel, die Altweiberklauer genannt wird Sie wächst am Fuße eines Wasserfalls im Süden Am Waldesrand Bringe mir drei Wurzeln von der Stelle, wo das rote Moos gedeiht Dann sprechen wir von dem Med Ich nehme dich beim Wort Okay Da ist noch ein Schlüssel Perfekt Boah, nee, ne? Noch weiter oben Oha Jo, wie komme ich denn da jetzt hin? Mh, war mir irgendwie klar, dass der Baum das jetzt abschottet hier Ah, da geht's rein Nice Na, mach doch mal runter hier Geh doch Weil er überall dran springt So, mehr ist hier nicht Der Wasserfall, der ist dann hier, ne? Auf dem Weg dorthin Oh, hier gibt's Fotos Nehmen wir das mit Oh, hier gibt's Hz Da ist hinter dir Was ist » » » » » » » »» Untertitelung des ZDF, 2020